Es war so ein bisschen Unsicherheit, aber ich denke, das ist ganz normal. Dann hatten wir Gewitter, aber keine Angst. Er ist jetzt ein Jahr, ne? Ja. Und wirklich leichtführig. Das ist schön. So sollen sie auch sein. Ja. Mit passendem Trieb und trotzdem noch handelbar. Den Trieb hätte ich vorher anfangen müssen, ein bisschen zu unterstützen. Er ist auf der Suche, ist er sehr verhalten, was die Prüfung angeht. Da wollen sie immer das Weite sehen. Aber was nachher zum praktischen Jagen ist, ist hervorragend. Das ist so angenehm. Ja, das ist ja immer die Entscheidung, ne? Was will man? Der guckt sich dieses Video jetzt hundertmal an, der das kriegt. Ich kenne das. Der hat sich da auch zwei Tage jetzt das Video machen. Und dabei macht man das einfach so nebenbei. Ja. Ja, aber was soll man auch sonst machen? Das sind einfach Welpen und... Das sind einfach Welpen und... Immer halt die Klappe. Aber wenn die... Die Dings sieht hier, die Leine, dann ist sie... Okay. Die Dings? Und bei der Dings? Ja. Die Dings? Ja.